Schön, dass Sie wieder da sind. Mein heutiges Thema ist Blutarmut, Anämie, Eisenmangel. Leiden Sie unter so etwas oder kennen Sie viele Frauen, die darunter leiden? Es ist ja weit verbreitet. Und heute möchte ich Sie in zwei Themenbereiche einführen, was man dagegen tun kann. Mein Name ist Christine Rosatano und ich bin die Leiterin des Zentrums für Vitalität und Hormonpower. Ein Punkt wäre zum Beispiel ein Bereich, der erste, dass man die Ursachen geht. Warum kommt es denn zu Blutarmut, Anämie und Eisenmangel? Meist ist es so, dass es Frauen betrifft, die noch Blutung haben und die sehr stark bluten, bei der Regelblutung und auch Blut verlieren und dadurch in so eine Thematik wie Eisenmangel, Anämie, Blutarmut kommen. Wenn das hier der Fall ist, dann ist es wichtig, an diese Ursachen zu gehen, von dieser starken, übermäßigen Blutung und auch Hormone zu testen. Denn Hormone steuern fast alles. Die steuern Gehirnfunktionen, psychische Funktionen, auch körperliche Funktionen, wie eben auch, wie ist die Menstruation die Regel, ist sie gut, ist sie lang, ist sie schmerzhaft, verliere ich viel Blut. Und da sollte man einige Hormone testen, verspeichelt, das ist Progesteron, das ist Estradiol, Estriol, Testosteron, aber auch zum Beispiel DHEA und auch Cortisol, weil Cortisol auch das Progesteron rauben kann. Das wäre wichtig, diese Hormone per Speichel zu testen. Das ist der erste Punkt, der erste Bereich. Man könnte natürlich auch gleich Vitalstoffe einsetzen, das könnten Sie sofort machen. Und ich fange mal mit einer Pflanze an, das ist die Brennnessel, ist eine sehr eisenreiche Pflanze, da könnten Sie Verschiedenes machen, Siro, Ingensmusi rein, Tee oder auch Spinat und so weiter machen. Je roher, umso besser natürlich. Und nun kommen einige ausgesuchte Vitalstoffe genau zu dem Thema Blutermut, Anämie und Eisenmangel. Ich empfehle, das sehen Sie auch unten verlinkt. Übrigens sehen Sie auch unten verlinkt meine Vitalstoffseite. Und da ist ganz genau, sehen Sie immer das Beschwerdebild oder die Krankheit oder das Problem und welche Nahrungsergänzungen oder Vitalstoffe dazu passen. Es wäre interessant mal für Sie mal da durchzuschauen, ob Sie Ihr Beschwerdebild, Ihr Krankheit, Ihr Problem auch da finden. Also beim Thema Blutermut, Anämie, Eisenmangel würde ich ein gutes Eisenprodukt empfehlen. Das sehen Sie unten und keine Eiseninfusionen. Dann auch Aminosäuren sind wichtig, die acht bis neun essentiellen Aminosäuren. Dann ist wichtig Aronia, Moringa, Moringa der Wunderbaum, der sehr viele Vitalstoffe hat. Und nicht zuletzt auch ein ganz wichtiges Produkt, damit der Darm auch besser aufnehmen kann. Viele haben ja Löcher im Darm oder Leaky Gut und da ist es wichtig, dass die Darmschlammhaut gut funktioniert. Das eine wäre das Hormon Estriol, das ich zum Testen empfehle. Aber auch man könnte mit einem Produkt, einem Saft versuchen, auch dem Darm wieder wirklich vitale Stoffe zuzuführen, dass die Darmschlammhaut wieder viel besser aufnehmen kann. Das waren diese zwei Bereiche und ich freue mich, wenn Sie mich anschreiben mit Ihrer Problematik. Und Sie sind unten meine Tipps verlinkt, die ich gerade erwähnt habe. Bis zum nächsten Video. Bis bald. Ihre Christine Rosatana .